Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht vom 3. auf den 4.11. auf der CI4 ab. Gemeinsam mit der Rise Above und auch Unterstützung von Ocean Viking gelang es der CI4 ca. 400 Menschen aus Seenot zu retten und zusätzlich an Bord aufzunehmen. Das heißt, die CI4 hat mittlerweile über 800 Menschen an Bord, die versorgt werden müssen, darunter auch Kinder, Schwangere und Verletzte. Es ist daher wichtig, dass die über 800 Überlebenden in einen Hafen gebracht werden können, wo sie auch adäquat versorgt werden können. Denn die Menschen sind am Ende ihrer Kräfte und bald ist es auch unsere Crew. Wir bitten daher inständig um die Zuteilung eines sicheren Hafens so schnell wie möglich, damit all diese Menschen endlich in Sicherheit und an Land versorgt werden können und damit es nicht zu weiteren medizinischen Notfällen an Bord kommen muss. Also, wir haben diein in die Umgebung über den